So Leute, Baller Casino wieder am Start. Wir sind bei Kazumo und einen Abonnentenwunsch haben wir diesmal hier am Start von Pavel. Der hat mich mal angeschrieben, hat abonniert, geliked meine Videos und gesagt, Mensch, spiel mal Roman Legend of Kazumo. Ja, das freut mich, dass du dich da einbringst in die Community und als erster sozusagen erstmal einen Abonnentenwunsch raushaust. Dem komme ich gerne nach. Wollen wir nicht so lange reden. Wie gesagt, Kazumo, 50 Cent, das Spiel hat 5 Linien. Kannte ich bis jetzt so noch nicht. Aber ja, wir wollen mal schauen, was das Ding kann. Jetzt sollen wir ein bisschen den Auto zoomen hier, ein bisschen arretieren. Okay. Und wir wollen mal 15 Euro wegspielen, weil wir haben da noch andere oder einen anderen Wunsch. Fangen wir mal an. Fangen wir mal an. Ja, das geht doch schon nochmal. Fangen wir mal an. Ja, das geht aber hier zügig voran, sag ich mal so. Da wird da nicht lange Zeit verschwendet. Ja, das geht doch schon mal an. 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 Ja, das ist schon mal an. Ja, das geht doch schon mal an. Untertitelung. BR 2018 Das war ja echt Pech gewesen, muss ich mal sagen. Was machen wir? Ach, wir machen nochmal weiter, weil da musst du nochmal, da ist mehr drin. Da ist mehr drin, sag ich mal echt. Untertitelung. BR 2018 Ach, jetzt haben wir schon so weit. Ich habe schon mal drunter gespielt. Junge, scheißegal. Was für den anderen Wunsch später machen. Ich kann es noch nicht erinnern. Ich kann es noch nicht erinnern. Ah, schade. Ich dachte, jetzt geht er rein. Schade, schade, schade. Ich dachte, zum Abschluss kommt er nochmal. Ja, Leute. Das war so schon mal nicht schlecht. Also ich bin noch fester Meinung, wenn er mal kommt, dann kann das auch richtig eskalieren. Gerade weil die so sticky-weils stehen bleiben. Ja, aber an dieser Stelle war es das erstmal von mir. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Es hat diesmal bei Roman Legend nicht geklappt. Und naja, das nächste Mal kann es ja schon wieder anders aussehen. Also, lieber Pavel, für dich der Abonnentenwunsch. Leider hat es nicht geklappt, aber mehr Glück nächstes Mal, wie gesagt. Und noch einen schönen Abend. Und danke für die Aufmerksamkeit.